Wollt du jetzt bombastische Traumaufzeit? Wollen Mama! Schleichst du dich gerade weg? Ich schleich nicht. Ich fühl mich ein bisschen benutzt. Was? Die Oma ist hier. Welche Oma? Aus Indien. Scheiße! Deine Eltern heiraten. Was? Wir sind doch gar nicht mehr zusammen. Aber heiraten hört sich irgendwie total anstrengend an. Denn ich verkauf in mein Haus. Du kannst uns nicht einfach das Haus wegnehmen. Und wo sollen wir jetzt wohnen, bitte? Das ist Erpressung. Ja. Wir machen Indien-Haux-Hein. Wann lerne ich ihre Eltern kennen? Frag doch mal deine Miete! Ihr müsstet für Roberts Eltern einspringen. Am Freitag. Nee, da spielt Union gegen Dynamo Dresden. Karim und du? Das ist nichts. Das ist einfach nur nett. Ist schon cool, dass dein Ex überhaupt mitmacht. Es geht auch um seine Wohnung. Ich bin raus. Und wer soll jetzt Mina versorgen? Ich bin doch nicht alleine für sie verantwortlich. Wenn du mich nicht mal herrattest, dann fahr ich dann auch... Ich bin echt auf dem Boden! Family Business! Schuss! Das ist der Deal. Du brauchst mir, Mann. Ich brauch ne Frau, die gut kochen und nähen kann. Kissi, das wird voll schön. Und es geht auch nur ne Woche lang. Eine Woche? Das find ich jetzt aber auch ein bisschen krass. Nichts! Dann�로. imately. Also tränk anderen. B